Da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Okay, komm. Komm mit Tag. Hallihallo und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Minefighter. Heute mit dem XXKirito-San aka Knill Gaming und dem XXNikv XX aka TheLight97. Knill. Hallo. Beide hallo, hallo le. Ihr habt schon hier fleißig angefangen und ich muss hier... So, jetzt müsst ihr mir erklären, was müsst ihr genau hier machen. Das fängt schon mal super an. Also muss ja im Prinzip... Ist eigentlich auch ganz gut, dann kann ich das direkt meinen Zuschauern hier erklären. Also wir sind jetzt einfach so in der Höhle und die anderen auch, ne? Ja. Und der Sinn in diesem Spiel ist es einfach, die Leute umzubringen und dabei müssen wir uns jetzt hier mit ganzen Materialien so reichlich hier so ansammeln und so, ne? Und ja, dann craften wir uns halt Equipment durch die ganzen Sohstoffe, die hier rumliegen und müssen dann die anderen damit zermetzen. Läuft. Und nach fünf Minuten bekommen wir so'n Kompass, der uns dann zeigt, wo die anderen Gegner sind. Und äh, Nico, hast du schon Steinspitzhacken gemacht? Meine. Ja, geh mal ein paar Steine, dann mach ich mir auch eine. Ich hab nur ein Steine. Ja, dann hol mal mehr Steine. Ja, warte, warte, hier. Was für Steine? So, ich hab schon ein bisschen Eisen abgebaut. Oh, ich hatte grad lag. Ja, ich hab auch ein bisschen, obwohl ich hab's gar nicht gemerkt, aber egal. So, äh. Man respond auch nicht, ne? Wenn du sterbst. Okay, dann sterbe ich gleich als erstes, sag ich jetzt schon mal. Nein. Und wenn ich jetzt gleich direkt am Anfang als erstes sterben werde, ne? Dann, 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 ihr wisst ja auch noch mit Stopp. Kann ich aufnehmen? Nein, dann bin ich wieder weg. Ja, das Blöde ist ja, glaub ich auch, man kann gar nicht richtig spektaten, oder? Ein, ich hab keine Ahnung. Ey, einer von euch soll mal gleich einen Ofen machen, nicht für Eisen abraten. Ist das schon ein Ofen? Wo? Was? Ein Standardofen. Ja, man kann ja noch einen machen. Du lügst uns an. Ich mach eben, oh, ich hab viel zu wenig Steine für noch einen Ofen. Äh, wo ist, wo ist eigentlich, hier ein Dings, wo ist ja die Ahnung? Die Stadtkiste, da ist die. Ich hol mal noch ein paar mehr Steine und dann machen wir richtig viele Öfen. Oder zwei. Und dann machen wir diese Kohleblöcke, ne? Nur so als Information. Ah, Kohleblöcke sind auch scheißegal, ey. Ist nur ein Minigame. Nein, Kohleblöcke halten länger als die M64 ist der Kohle. Das ist nur ein Minigame. Ja und? Wir müssen jetzt hier nicht auf die Übertaktik gehen. So. Ey, wir können uns auch ein Feuerzeug basteln, weil wir haben hier Keys, ne? Läuft. In der Kiste war sowieso noch Flint drin, ne? Ja? Ja. Dann, dann brauch ich hier gar nicht mehr Wasser. Wofür brauchen wir Redstone? Ja, ne, Thomas, ich geb ja die Flints. Redstone, dann kannst du TNT aktivieren und sowas. Läuft. TNT verbinden was. Brauchst du Wasser? Wasser? Das kannst du auch mitnehmen, damit man sich wieder löschen kann oder so. So, warte mal. Soll ich mir... Ich mach hier schon mal ein paar Eisenschwerter für uns alle? Ja. Apropos, ich kann jetzt das ganze Eisenbraten, das ich hab. Ja. So, schon mal Eisenschwerter für dich, Nick. Ja! Eins für mich. Und, äh, für Nico brauchen wir noch eins. Nein, er kriegt gar keins. Was? Okay, Nico, du kämpfst mit deiner Faust. Er ist aus der Summe, unser Faustkämpfer hier. Upsi. Wann war ich mein Faustkämpfer? Ich bin ein richtiger Astrophi, ich kann gar nicht glauben. Schon seit wegen, weil ist so. So, Nico, ich hab auch ein Schwert für dich. Thomas schenke ich dir. Ja, pack das doch einfach in den... Ach, egal. Dann muss ich das eben machen. So. Ein bisschen Equipment. Für das Geschenk. Sogar einen Kohleblock. Habt ihr noch Eisen, was man in den Ofen packen kann, oder nicht? Ich hab alles eingepackt. Äh, ich hab noch vier Stück, was? Okay. Eigentlich bräuchten wir auch ne Eisenspitzhack oder einer von uns für Diamanten. Die ist dir das? Ja, man kann hier sogar die erst finden. LOL. LOL, Junge, LOL. LOL. Wieder da. Also, das einzige... Das einzige, was ich mache, ist gerne Kohle fahren. Nein, tue ich nicht. Einfach nur Kohle. Oh, guck mal, da sind schon Rote gestorben. War alle in die Lava gefallen. Das geht hier richtig schnell, Alter. Wir müssen uns noch ein bisschen weiter geradeaus graben, ne? Na, ich hab gerade gemerkt. Ich hab mich nur ein bisschen auf die Seite gegraben. Da war direkt ein links da. Bad Rock. Also, ich hab das Gefühl, ich gön mir jetzt fett ne Eisenspitzi. Ich gön mir einfach mal ne Eisenharnisch. Wir brauchen ein Kiste. Für Dias. Ja, Nick, du hast ne Eisenspitzehack und ich hab ein Eisenharnisch. Hä, wo ist die Kiste? Hier hinten. Achso, ich hab mich gerade verlaufen. Ich lege alles, was... Ich lege... Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Das da rein, das da rein. Ich lege alles, was wir nicht mehr brauchen. Ich hab Dias, ich hab Dias. Nice. Nick, geh zu ihn und baue das ab. Darf ich töten? Nein. Hä, wo muss ich hin? Wo ist er? Geh dahin, wo Nico ist. Ähm... Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Durchgegraben durch die Wand. Ähm... Ich geh viele Wege. Ein Weg der langen. Ich glaub da lang, hier, hier lang, Nick. Guck mal, ich hab's direkt gefunden, weißt du? Hier ist Dias und da, wo ich bin, gibt's auch noch Dias hier. So. Ich mach gleich den nächsten Eisenharnisch. Da gibt's noch einen Raum, ne? Da sind wieder Dias drin. Geh mal da weg! So. Zack. Ich hab noch einen Eisenharnisch. Kannst du hier einfach in den Weg sein? Wenn du weiter hier drinne bleibst. Wir haben ein Dingsermuster. Äh... Aber ich seh schon grüne. Leute, da liegt noch ein Eisenharnisch in diesem Gang, wo Nico lang gegangen ist, ne? Ja, ich hol mal einen. So, ich hab noch einen Eisenharnisch. Soll ich vielleicht das Dierschwerteres machen? Hier, bring den Nick. Bring den Nick. Nico. Was denn? Ich komm zu euch. Janik. So, dann mach ich mir gleich schon mal ne Hose. Soll ich vielleicht Dierschwerter machen? Äh... Ja. Dierschwerter sind ganz gut, ja. Ich kann jetzt nur zwei Stück machen. Habt ihr schon den Kompass ausgerüstet, dass ihr weißt, wann die Gegner sind? Guck mal hier, jemand kriegt noch zwei Diers. Junge, äh... Und dann kriegt jemand noch ein Schwert. Was hast du... Nico, hattest du da eine Dierschaufel? Ja. Wieso hast du... Die waren in der... Die waren in der Kiste. Ich dachte jetzt hast du unnötig einen Dierschaufel. Was lügst du? Die war gar nicht in der Kiste. Du hast mir doch einen Diers abgebaut. Nick hat mir Diers gegeben. Was laberst du? Du bist doch zu mir reingerannt. Du hast mir alles. So, okay. Ich glaub wir gehen gleich weiter. Ich nehm die Öfen dann gleich mit, ne? Warte, 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 warte. Nico, fällst du auch vorne was los? Sag Bescheid. Ich hab das letzte Mal gerade grüne gesehen. Letztes Mal. Okay, grüne? Drinnen. Team Rot hat noch einen. Oh, Team Rot, ey. Die sind hier schon richtig am verkacken. Was gibt's hier noch alles? Guck mal. Gar kein Team hat mehr drei Leute außer wir, Alter. Oder? Wir sind doch gelb. Ja, wir sind... Ja, wir sind gelb. Ich wollt's ihm grad sagen, davor, bevor ich da gesehen hatte, dass der Blau gestorben ist. Ja, Gelb ist unser einziger großer Konkurrent. Ja, Idiot, ne? Weil ich dachte wir wären blau. Haben wir eigentlich alle Dierschalter schon? Ja. Wenn du keins hast, dann müsste ein... Dann müsste Brian... Oh, ne, kannst du noch Eisen? Ey! Ja, drei Stück. Warte, hier. Ein, zwei, drei. Okay, hier, okay. Dann mach ich dir auch noch ne Hose. Ja. Oh, ja. Oder ne, ich mach mir eben viel Equip. Was? Nein, nein, Spaß hier. Hast du deine Hose? Ja, ich kann meine Hosen resten. So, okay. Ich nehm jetzt die Öfen mit und dann gehen wir weiter. So, komm, lass weiter gehen. Nico hat gar nichts. Wir gehen einfach. Ey, wieso hab ich so wenig Equip? Ja, hä, wir haben kein Eisen mehr, Nico. Hey, wieso ist hier TNT und sowas? Kein Plan, frag ich mich. Das war hier schon. Nein, weil es hier schon war. Das ist gefährlich. Hier ist Redstone auf dem Boden. Ähm, ihr müsst weiter graben. Ich hab noch ne Steinspitzacke. Das dauert zu lange. Ich hab nur ne Eisenspitze. Ey, ey, da unten sind welche. Ich hab die gesehen. Ich mach mir eben paar Fackeln. Komm. Eine können wir uns gönnen. Weil ich seh ja nie was. Ich hab sechs Fackeln. Soll ich hier runtergraben? Ähm, ja, Richtung nach unten. Da guckst du schlägst runter. Da sind Namen. Ich weiß es gar nicht. Hast du ne Steinspitzhacke oder ne Eisen? Ne Steisen, nur Steisen. Äh, Steisen. Genau Steisen, Alter. Loch so Steisen-Spitzhacke. Ja, das ist einfach nur Steisen-Spitzhacke. Ich hab das Gefühl, wir sind hier über einem Monster-Spanner. Äh, ja, das sieht irgendwie so aus, ne? Geh mal weg von da, sonst kann ich nicht bauen. Okay, warte. Ergraben. Oh, oh, Nico. Das ist gefährlich hier. Monster-Spanner. Das ist ein Steisenschwert. Steisenschwert. Junge, das sind wohl viele Monster, dass er weggeht. Ja, wir müssen nicht freuen. Wie ist denn der wieder hochkommt? Hä? Die warten auf uns. Ja, dann warten die halt auf uns. Wir warten auf sie. Ne, wir gehen zu denen. Pass auf, wir wissen nicht, was er für Crip hat, Nick. Wir könnten uns eigentlich ein Feuerzeug machen, aber keiner hat's gemacht. Nein. Ich kann eins eben basteln, warte. Warte, ich geb dir einen Flan- Ah, ne, hab ich nicht mal dabei. Ja, ich hab gebastelt. Ich hab gebastelt. Ich hab ein Feuerzeug. Wenn ich sehe, dass er immer näher an die rankommt, versuche ich immer hier eben zu bauen. Ja, eigentlich sollten wir sneaken, Nick, ne? Gut. Ja, es ist aber schwer, gerade um zu sneaken. So, ich setz dir jetzt noch ne Fackel. Warte, komm mit, wir gehen hier jetzt ne Kurve. Okay, okay. Eisen haben wir nicht gefunden auf dem Weg, ne? Nö. Okay. Wir bräuchten eigentlich mehr Eisen. Rent ist Friendly Fire eigentlich an, ne? Ne, ne. Doch, Friendly Fire ist an, damit nur ich dich schlagen kann. Ach so. Der Kompass zeigt auf die Seite nach links, ne? So ein bisschen. Ja. Ganz scharf nach links sogar. Da sind die, da sind die, da sind die. Oh, oh. Mach ein Loch, mach ein Loch. So, dass man runterlaufen kann. So, wollen wir runter? Ja. So, wo sind die? Ich seh die nicht. Ich hör, ich hör nur was. Willst du sie runter? Ich hör die. Willst du jetzt nicht, dass ich was abbauen? Doch. Oh, bei Nico, bei Nico. Nice, nice, nice. Wieso sagst du nichts? Da war ich ihn gerade. Ich hör noch einen. Ja, die sind da. Ich baue das hier ab. Das da? Nein. Da ist keiner mehr. Das war nur der. Da hat die Masse gebaut, ne? Ja. Oh, da hat er Sticks und sowas, aber nichts besonderes. Ich bin jetzt gar aufgestanden. Wow, shit. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Okay, komm. Nice, 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 Nick. Oh, der hatte Eisen, der hatte Eisen. So, Leute, lass uns noch hier eben was basteln. Wie er sich versteckt hat, einfach hier so dazwischen. Ey, ehrlich bin ich, hab mich richtig erschreckt, als er das gebaut hat, ey. Ich hab ein Feierzeug, er hatte ein Feierzeug, Thomas. Oh, nice, ey. Okay, jetzt machen wir die Braten, Braten. So, Nico braucht ihr auch noch Hosen? Welches Team war das eigentlich, das sie gekillt hat? Ja, Martin, grün. 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 Wir müssen aufpassen, ich wette, mit dem Gelb hat hier irgendwo Durchgänge. Ja, guckt euch mal hier die Umgebung ein bisschen an. Vielleicht findet ihr noch irgendwie so ein bisschen Eisen. Ey, wir müssen aufpassen, Gelb hat bestimmt noch irgendwelche Durchgänge. Aber die hat null Equipment, oder? Doch, der eine hat der Eisenschwert. Ja, ich mein, so sichtiger an Ausrüstung hat man gar nichts. Ne. Habt ihr nicht da eine irgendwas für Gold? Hm, nicht, dass ich wüsste. Das ist, das ist ein Gelber, das ist ein Gelber. Ja, warte mal, äh, hä, ich brauch ein bisschen Kohle. Die sind gelb. Du Spasti. Oh Mann, ich bin schon richtig am Zittern, weshalb auch immer, ey. So, Nico, ich mach dir jetzt eben eine Hose. Ich erkunde gerade hier Gänge. Gut. Ähm, Kohle nehm ich nochmal mit. So, yo, Nico, wenn du bei mir bist, ich mach dir, ich geb dir eine Hose. Ich bin schon bei dir. Okay, super, hier. Rostosen, ey. So, ich kam leider noch nicht wirklich in Action. Ihr habt beide gepickt. Aber egal. Ah, hier, diesen Weg hier, komm vielleicht. Ja, wir gehen gleich weiter. Weil, wir haben auch gar kein Eisen mehr, was wir verarbeiten können. Okay, ich nehm jetzt wieder alles mit. Und dann gehen wir weiter. Obwohl, wir dürfen Nick nicht alleine lassen, der ist grad so ein bisschen abwesend. Hier ist wieder ein Mob-Spawner. Okay. Aber sonst nichts, oder? Ne. Okay, ich hoffe, der kommt da alleine zurecht. Wir gehen einfach Richtung nächste Gegner, dann sollte ihm nichts passieren. Hoff ich einfach mal. Hier, guck. Guck rein, Digga, Mob-Spawner. Ansonsten mach ich ihn hier irgendwie mal so, keine Ahnung, so nen Weg aus Kies. Zack. Ja, geh dann zum Kies, sag ich, zu ihm. Irgendwie. Obwohl, warte mal. Er muss sich dann einfach umdrehen. Da wo Kies ist. Da wo Kies. Okay, so. Ich hab's markiert mit Kies, wenn er wiederkommt, muss er zum Kies. So, okay, ich sneak jetzt auch, ne? Hier ist Eisen. Nice. Und hier ist Wasser. Oh mein Gott. Vielleicht ist es so ne Höhle. Ja. Ich hab, ich hab gerade zugemacht. Wir müssen schwimmen, müssen schwimmen. Warte, lass mal nach oben. Die Quelle ist schon zu. Okay, aber vielleicht gehst du ja nach oben. Oh Mann. Jo, Nick, geh Richtung, ähm, Dingster, Kies. Richtung Kies. Ja, ja, da musst du, äh, dann drunter laufen, da ist ein Tunnel. Oh, da ist, äh, Nico, da ist, ähm, Dingster. Noch mehr Eisen. Oh, oh. Da ist die Wasserquelle. Richtung Kies. Dort. Das war, da wo du dich einfach umdrehen musstest. Okay, Nico, ich hab hier ein Loch, du kannst hochgehen. Ach, da wo ich den, da wo wir den Typen gekillt haben? Oh, Nico, hier sind richtig viele Materialien. Du Büschel. Oh, du, ach du Scheiße, hier sind richtig viele Monster. Ja, hier ist doch dieser, ähm, Mob-Salle. Oh, ja. Mob-Salle, ey. Mob-Salle. Allerseits ein bisschen ausleuchten. Und dann können wir hier alles ausfahren. Oh, ich hab von hinten angegriffen. Von was? Ja, von Skeleten. Ja, sonst ist hier nichts los, oder? Nee. Aber das dauert zu lange, das Eisen unter Wasser abzubauen. Ja, guck, nimm doch einfach das, was überall an der Decke ist und so. So viel Eisen brauchen wir nun auch nicht. Wir haben alle eigentlich gute Quibi. Wie viel Eisen brauchen wir überhaupt noch? Wir brauchen drei Helme und drei Schuhe. Ey, ganz oben ist der rote. Ganz oben ist der rote. Ja, ich hab gerade seinen Namen. Da, siehst du nicht? Wo? Ist er weit weg? Ja, ist schon mal ein bisschen weit weg. Okay, ja. Da oben, hier, wenn du nach oben guckst. Das hat mich gerade nicht gesehen. Da, da, siehst du, da. Ja, ich seh nicht. Ich baue jetzt Öfen auf, ist mir egal. Da kann er doch kommen, er ist alleine. So, ähm. Auf einmal wird uns so richtig zum Verhängnis, weil es so ein richtig harter Bursche ist. Ja, schwer. Die Errüstung. Ja, stelle ich mir auch schon so vor. So, dann teilen wir mal auf. Hälfte, Hälfte. Geh mal weg. Geh mal weg nach vorne. So. Zuck. So. Und einen Crafting Table brauchen wir auch noch. Und ich mache mir jetzt gleich, obwohl, ne, ich mache mir noch gar nichts. Pack mal das Eisen einfach in die Öfen rein, ne? Mach ich gleich. Diamanten gab's hier nicht, oder? Nein, leider nicht. Schön, dass du pustest. So. Eigentlich ist es voll gefährlich, wenn man so einfach nach oben guckt und dann abbaut, ne? Man weiß nicht, ob da irgendjemand jetzt von der Seite kommt. Hinter uns sind welche noch. Ja. Weiter oben, glaube ich, da drüben. Okay, ich mache jetzt zwei Helme. So. Perfekte. Äh, okay, irgendjemand hat sich da hochgebaut. Echt? Ich will zu den drüben einen Gang anbauen. Ja, Nick, warte mal. Ich habe hier unten. Oh, warte. Ich schmeiße da einen Helm hin. So, zack. Dann braucht Nico jetzt gleich noch einen Helm. Wir haben, glaube ich, Dingsmuster für alles gleich. Eisen. Ja, wir haben auch gleich alles. Wenn ihr einfach nur noch das Eisen allein packt in die Öfen. Ne, wir haben sogar schon genug Eisen in den Öfen. So. Wir brauchen eigentlich gar kein Eisen mehr. Wir sind hier schon komplett ausgerüstet. Trotzdem abbauen, bevor jemand anders das hier findet. Ja, okay, Nico. Hier, ich habe auch deinen Helm. Ich potze den da hinten hin. So. Dann kommen jetzt nur noch die Schuhe dann. So, meine Steisen-Schuhe. Steisen-Schuhe. Steisen ist jetzt mein neues Wort, Alter. Das kann entweder Eisen oder Stein sein. Eisen. Das ist das Unwichtigste jetzt raus. Du, Alter, der hat aber noch so viel Eisen, ne? Ich habe das Gefühl, die graben sich jetzt zu uns. Ja? Weil sie haben wieder Seiten geswitcht. Okay. Jetzt sind sie ge... Wir sind gleich vorgelegt. Jetzt sind sie auf... Okay. Dann haben wir noch ein paar Fälle. Hier, jetzt sind wir jetzt nicht da drüben. Ja, okay. Nachdem du deine Schuhe hast, gehen wir in den Angriff über. Mhm. Ja, Nico, nice, dass du jetzt die ganzen Öfen machst. Warte, warte, warte. Hier, ich habe noch einen Kompass für euch. Ich habe keinen Öfen gemacht. Ich hatte sie in Indie erst jetzt gesehen. Achso. Wo ich gekleert habe. Nick, hier, deine Schuhe. Jetzt haben wir alle Schuhe. Jetzt baue ich die ganzen scheiß Öfen ab und dann können wir weitergehen. Ich habe ein Wasserbucket. Okay. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man ein Wasserbucket hat. Da kann man sich löschen, ne? Ja, da Quatsch. So, okay. Wo müssen wir lang, um die Leute zu zerstören? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach hier nach oben. Okay, ich komme auch mit. Ich war eigentlich eine neue Spitzhacke. Ja, ich weiß, wir konnten jetzt nicht alle einen Eisenspitzhack gemacht. Genau wie bei mir. Ich brauche auch langsam wieder eine neue. Zurück. Nein, nein, wir müssen einfach nur hier jetzt an der Seite ein Loch machen und dann kann man Kraftnik. Warte, 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 die haben sich wieder geswischt. Geswischt, die sind einfach nur hoch oben. Warte, 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 warte. Da unten ist der. Warte, ich hole den. Ich habe jetzt einen gecraftet. Zu viel Zeit, Nico. So. Und jetzt. Oh, ich kann nur eine Eisenspitzhacker machen. Warte, ich... Ausgekotzt. Meine. Also, ja, gesneakten sollte ich das ja lieber machen. Bisschen wirt von mir. Ah, die sneaken auch die ganze Zeit, ne? Und Team Blau ist ja das letzte. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich dachte gar nicht, wir reden über Rot. Rot haben wir doch Down-Gown. Was? Wir haben Grüne angehauen. Ah, ne, Rote war der Down-Gown? Da oben war doch der Rote, wo wir nach rumgeguckt haben. So. Ich geh mal Richtung... Oh, hä, was? Achso. Das war die falsche Spielzeit, ich dachte schon. Doch, der Einschlag kaputt. Da oben ist ein... Ja komm, lass jetzt weiter Richtung, ähm, Dings ja nicht mehr spielreiförmig, sondern jetzt in deren Dichtung bauen. Ich wäre gut, wenn wir irgendwie so Verzauberungstisch finden. Guck mal, da sind doch irgendwie Bücher, was ist das? Hier sind Dias. Oh, Dias. Oh, yeah. Mal sehen, was hier drin ist. Packen Pfeile. Noch ein Dias wert? Oh, wir können einem Dings da alle einen Dias statt haben, ne? Wir haben alle. Wir haben auch alle. Ich hab eins. Hä, nein. Nein? Nico, sag mir nicht nur... In einem von euch hab ich zwei Dias gegeben. Ja, Nico hat es schon wieder. Nico, guck bitte in dein Indy nach. Ja. Ich glaub, ich hab's ja rausgelassen. Ich hatte jemanden... Oh mein Gott. Er kotzt dir das raus. Er hat bestimmt ins Wasser gekotzt. Oh, okay. Ich mach eben noch ein Crafting Table. Warte, warte. Ich hab schon, ich hab schon. Ich hab schon. Ich glaub, die sind nicht despawn. Ja, die sind... Ist schon scheißegal. Ich kann neu machen. Ja, Nico, bleib jetzt einfach... Komm mal jetzt hoch, ey. Komm jetzt einfach hoch. Was brauchen wir noch? Wir haben Full Eisen. Ich hab jetzt einfach neu gemacht hier. Ja, dann mach dir irgendwie gleich... Wie viel Dias hast du noch? Vier. Mach dir Schuhe. So, ich geh dann schon weiter in die Richtung. Und wir sind richtig fett ausgelöstet, ne? Das ist echt krass. Ich frag mich jetzt, was die da haben. Die haben bestimmt nichts heftigeres als wir. So. Die ganze sind sehr in die Richtung. Ich merk auch nichts. Unten und oben ist gar keiner. Ah, warte. Soll ich mal das... Soll ich mal das TNT hier erzünden? Hey, warte. Nein. Mein Spitztag ist kaputt gegangen. Fuck. Ja, bastelt hier ne neue aus, Stein oder so. Hä? Hat jemand von euch... Ah, ne. TNT, oder? Ich hab abgebaut. Ja, Neck hat abgebaut. So, okay. Ich darf... Ich mach Vorsorgung nicht, dass Nico's aus Versehen gemacht. Na, aus Versehen. Mal weit weg sind. Wo sind die Typen? Die sind aber noch weiter oben. Wenn ihr irgendwo einen Namen seht, sagt Bescheid, ne? Die sneaken doch auch bestimmt die ganze Zeit. Ah, die sind unten. Da unten sind die. Unter uns. Ja. Voll weit unten. Voll... Voll dämlich jetzt. Ah, da. Da, da. Wir können so ein Zeppel runter bauen jetzt. Oh ja, okay. So wie ich das davor gemacht hab. Ja. So. Hä, aber wie konnte dann der Kompass das ganze jetzt umstehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, ey. Wahrscheinlich waren wir die ganze Zeit über dem. Du bist halt zu behindert, Digga. Ja, was denn? Ich weiß nicht. Du brauchst eine Treppe runter und Nick baut eine Treppe runter. Ein Block neben dir. Ja, was? Wieso? Ich hab doch gesagt, ich baue eine Treppe so wie davor. Oh, Mann. Ich dachte, damit ist gemeint, dass du es... Oh, guck mal. Hier ist jetzt ein Mob-Spawner, glaub ich. Warte, warte, komm mal näher. Die kommen immer näher. Wir kommen immer näher zu denen. Ja, ach nee. Das ist ja auch der Sinn. Nein, wir sind schon gleich da, wir sind schon gleich da bei mir. Also bei dir. So, dann geh ich mal zu Nick. Ich komm auch zu Nick. Hier kann ich nicht runter bauen. So. Bring ein Mob-Spawner? Ja. Oh, ich war auch grad da. Du sagst, du bist fast da. Aber sie sind wirklich ganz nah am Nick. Okay. Warte mal. So. Nicht, dass die ein Lava-Eimer haben, ne? Das ist jetzt hier die vollkommene Action. Vor allem, ich glaub, die merken nicht mal, dass wir kommen, ne? Bald Ladung Action mit Saratza. Da unten, da unten sind die direkt. Oh, okay. Okay. Ich glaub, einer sneaks nicht. Die hören dich bestimmt schon. Die hören dich. So, pass auf, pass auf. Wollen wir mich direkt runterzuleiten? Jetzt sollten sie dich nicht bemerken. Nein, nein, nicht zur Seite. Geh da hin, wo sozusagen deren Gang war. Ich kann ich ja nicht bauen. Nico, geh mal weg. Das ist Thomas, er steht in mir. Hä? Du, ich steh hinter dir. Er sagt, ich steh hinter dir. Du standst gerade in mir. Ich stand da voll hinter dir. So, okay, gut. Ja, Thomas ist in mir. Ja, jetzt schon, aber Nick ist auch weit vorne. Alter, wieder weit müssen wir uns auch graben. Wir sind doch schon praktisch auf deren Höhe. Da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Okay, komm. Komm, attack. Und Attacke. Ich teff hier nicht, ich teff hier nicht. Ich bin behindert. Wer ist der Gegner? Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Oh. 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 Ich hab gar keinen gekillt. Ich hab fast gar keinen getroffen, Alter. Richtig beendet. Ich hatte beide. Ich hab einfach gar keinen erwischt. Nico hat einfach mal jeden gekillt. Es hat doch gelangt. Nico hat jeden gekillt-stealt. Nein, du hast auch einen gekillt. Nein. XX Kirito-san, XX Kirito-san. Nein, ich meine davor. Ich hab heute in dieser Runde gefallen. Achso, ja, ich weiß. So, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen. Mal was anderes auf meinen Channel. Mein Vater, glaube ich, hat mir noch nicht einmal gefehlt. Ach ja, stimmt. Ja, sprich mir einfach ins Wort. Also mir ist eben gerade eingefallen. Wir nehmen ja doch gerade auf. Genau, Alter. Okay, dann sag ich tschüss. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.